Ich lese nun den 38. Psalm. Ein Psalm darf jetzt zum Gedenkopfer. Ja, strafe mich nicht in deinem Zaun und züchte mich nicht in deinem Gleim. Ja, strafe mich nicht in deinem Zaun und züchte mich nicht in deinem Gleim. Ja, strafe mich nicht in deinem Zaun und züchte mich nicht in deinem Zaun und züchte mich nicht in deinem Zaun. Denn meine Lenden sind ganz fortort. Es ist nicht so, dass ich mein Gleim bin. Ich fäng mal drüber und ganz zu stark. Ich schreibe mich in Ruhe des Pläts. Herr, du kennst all mein Begehren und mein Zollensinn ist dir nicht verborgen. Herr, du kennst all mein Begehren und mein Zollensinn ist dir nicht verborgen. Mein Zollensinn ist mir nicht verborgen. Ich schreibe mich nicht in deinem Zaun und meine Zollensinn ist dir nicht verborgen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020